Heute geht es leider um die unzumutbare Belästigung nach § 7 UWG und wir sind immer noch bei der Unzulässigkeit, aber interessanterweise zitieren wir hier nicht den § 3.1 UWG, das ist wichtig. So, und diesen § 7 prüft ihr zunächst einmal von hinten wieder nach vorne, also erst hin 7 Absatz 2 und dann beim 7 Absatz 1, wie schon so häufig, wieder drei Prüfungspunkte, nämlich Belästigung, dann keine Einwilligung und drittens Unzumutbarkeit. In unserer Übersicht sind wir hier und jetzt geht es etwas systemwidrig vor, nämlich das UWG schützt jetzt die Privatsphäre und eigentlich, wenn wir mal in den § 1 UWG schauen, wissen wir, dass das UWG das Lauterkeitsrecht, das möchte das Marktverhalten regeln und eigentlich nicht sonstige Interessen wie die Privatsphäre und deswegen ist hier der § 7 ja etwas systemwidrig im UWG geregelt, aber da müssen wir leider durch. Gut, erstmal ein paar allgemeine Hinweise. Wie gesagt, ihr müsst hier beim § 7 nicht den § 3.1 zitieren, das möchte ich bitte nicht in eurer Klausur sehen, das ist wirklich ein grober Fehler, weil der § 7 sagt von sich aus, ist unzulässig. Und normalerweise sagen die Norm ja, ist unlauter und dann gucken wir in den § 3.1, der sagt unlauter, das ist unzulässig. Aber hier sagt der § 7 sofort unzulässig und dann brauchen wir natürlich den § 3.1 nicht mehr. Gut, zweiter Punkt, wir müssen den 7 rückwärts lesen und der 7.1.1, der enthält, ja, die kleine Generalklausel beziehungsweise, ja, der ist der Auffangtatbestand. So, dann solltet ihr euch den 7 Absatz 3 neben den § 7, 2 Nummer 2 schreiben. Neben den 7 Absatz 2 könnt ihr euch auch noch den Artikel 2 Buchstabe A der Werberichtlinie kommentieren, weil der § 7 Absatz 2, der spricht immer von Werbung, nämlich sowohl in Nummer 1 als auch in Nummer 2 als auch in Nummer 3. Und die Werberichtlinie, dort der Artikel 2 Buchstabe A, der definiert, was eine Werbung ist. Und dann letzter Punkt ist, wenn der § 7 Absatz 2 erfüllt ist, dann liegt sofort Unzulässigkeit vor und insbesondere ist keine Interessenabwägung mehr vorzunehmen. Okay, schauen wir uns das an, ganz kurz die Paragrafen, die Nummern von § 7 Absatz 2. Zunächst einmal die Nummer 1, da geht es um individuell gezielte Anrufe ohne Einwilligung des Verbrauchers und ohne mutmaßliche Einwilligung des sonstigen Marktteilnehmers. Hier habe ich nochmal GOA in Klammern geschrieben, weil, ja, bei der mutmaßlichen Einwilligung, das müsst ihr so handhaben wie bei den § 677 fortfolgende BGB, also wie bei der Geschäftsführung ohne Auftrag. Dann die Nummer 2, da geht es um E-Mail-Spamming, da geht es um so automatische Sachen, wovon halt, ja, viel kommt, viel elektronische Post, also viele E-Mails, viele Anrufe. Das ist dann der Absatz 2 Nummer 2. Hier, wie gesagt, den Absatz 3 daneben kommentieren. Und dann zuletzt die Nummer 3, das ist die verdeckte Direktwerbung. Okay, damit kommen wir zu unserem ersten Punkt, der Belästigung. Wir haben jetzt die Fälle von § 7 Absatz 2 sind wir durchgegangen, ganz kurz zwar, aber die müsst ihr einfach nur in der Klausur lesen, da kann ich nicht viel zu sagen. Dann der § 7 Absatz 1, der ist wichtig. So, der besteht aus drei Prüfungspunkten und wir schauen uns jetzt die Belästigung an. Die Belästigung kennt ihr auch schon aus dem § 4a UWG. Okay, allerdings ist die Belästigung hier etwas anders definiert, weil der Schutzzweck ist ja anders. Hier geht es um die Privatsphäre und beim § 4a geht es ja um die Entscheidungsfreiheit. Okay, Definition. Jede Handlung, die bereits aufgrund ihrer Art und Weise unabhängig vom Inhalt als störend empfunden wird. Das ist eine Belästigung und hier der Unterschied zu § 4a, nämlich beim § 4a, da brauchen wir noch zusätzlich eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit und deswegen ist der § 7 an geringere, der hat geringere Voraussetzungen oder geringere Hürden als der § 4a, weil diese Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit, das ist in der Regel eine ziemlich hohe Hürde. Und beim § 7a gibt es diese nicht, sondern da gibt es als zweiten Prüfungspunkt ja nur die Einwilligung, beziehungsweise die mutmaßliche Einwilligung, die ihr zu prüfen habt. Und zu der Einwilligung kann ich auch nichts sagen, hat der halt eingewilligt oder nicht. Wenn er eingewilligt hat, ja dann liegt zwar möglicherweise eine Belästigung vor, aber der § 7a ist definitiv nicht erfüllt. Wenn ich beim Kauf von, was kaufe ich, ich kaufe mir Kopfhörer und da habe ich dann beim Kauf angekreuzt, hey, ich möchte Werbe-E-Mails von ihrer Marke erhalten. Wenn ich dann viele E-Mails von denen bekomme, dann liegt zwar möglicherweise eine Belästigung vor, aber da habe ich eingewilligt und deswegen ist dann der § 7a zu verneinen. Okay, das wäre ein Beispiel für eine Einwilligung. Gut, dann kommen wir auch schon zum dritten Prüfungspunkt der Unzumutbarkeit. Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Und hier haben wir diesen dritten Prüfungspunkt beim § 7, nämlich die Unzumutbarkeit. Und hier müssen wir eine vollumfängliche Interessenabwägung vornehmen. Nämlich müssen wir die Interessen des Werbenden mit den Interessen des Adressierten, müssen wir gegeneinander abwägen und dann schauen, ist das hier unzumutbar. Da mache ich auch gleich ein Beispiel zu. Hier ein paar Beispiele. Die Briefkastenwerbung, da wird der § 7 regelmäßig zu verneinen sein, weil die Briefkastenwerbung, die kostet ja dem Werbenden Geld. Und der hat auch ein Interesse am Direktmarketing. Und der Adressierte, der ist jetzt auch nicht wirklich dadurch gestört. Also, was im Briefkasten zu werfen, ist ja was ganz anderes, als angerufen zu werden. Also, ich denke, das ist nachvollziehbar. Ein Anruf ist deutlich störender als eine Briefkastenwerbung. Wenn ich den Briefkasten halt mal ausleere, dann mache ich das natürlich dann, wenn ich gerade Zeit und Lust dazu habe. Und beim Telefon, das ist immer bei mir. Und dann klingelt das. Das ist eine deutlich stärkere Belästigung. Und deswegen wird man hier bei der Briefkastenwerbung wohl regelmäßig den § 7 zu verneinen haben. Bei der Haustürwerbung, da wird man den § 7 aber bejahen können, regelmäßig. Weil, das hatte ich auch schon in meinem letzten Video, wenn da der Staubsaugerverkäufer bei mir klingelt, ist das ja wohl mega nervig. Also, das ist ja wohl, man muss sich da hingehen, muss die Tür öffnen und dann steht der da vor mir und will mir was verkaufen. Das ist ja was komplett anderes, als eine Briefkastenwerbung. Und das ist ja noch störender, als ein Anruf am Handy. Also, da wird man den 7 wohl regelmäßig bejahen. Dann die Scheibenwischerwerbung. Dazu machen wir, dazu habe ich schon im letzten Video ein Beispiel gemacht. Und wir kommen jetzt hier nochmal ganz kurz die Nummern der schwarzen Liste, die ihr zu beachten habt. Schreibt euch die Nummer 11 und die Nummer 26 neben den § 7 UWG. Okay, damit kommen wir jetzt zum Beispiel. A wirft Prospektwerbung in die Briefkästen ein. Dabei lässt er solche Briefkästen, die mit Bitte keine Werbung beschriftet sind, aus. B wirft ebenfalls Prospektwerbung in Briefkästen ein. Er wirft überall Werbung ein. Also, auch wenn da ein Hinweis steht, bitte keine Werbung. Wirft der B trotzdem dort Werbung ein. Beide machen dies einmal im Monat. Kann der Verbraucherverein gegen A oder B vorgehen? Okay, damit kommen wir zu der Prüfung des Unterlassungsanspruchs nach 8.1 und 7.1 UWG. Wieder § 3.1 hier nicht zitieren. Wichtig. Gut, eine geschäftliche Handlung liegt vor. Werbung ist definitiv eine geschäftliche Handlung. Dann kommen wir zur schwarzen Liste. Hier die Nummer 11 liegt nicht vor, weil wir keine als Information getarnte Werbung haben. So, dann kommen wir zu der Nummer 26. Hier brauchen wir ein hartnäckiges, unerwünschtes Ansprechen des Verbrauchers mittels eines solchen Mittels und keine Ausnahme. Wir brauchen also ein Ansprechen. Und das hier ist schon problematisch. Hier könnt ihr das so oder so sehen. Müsst ihr halt argumentieren. Auf der einen Seite werfen die ja überall was ein. Also egal wo, Briefkasten von dem A, Briefkasten von B, Briefkasten von der Person C, Briefkasten von D, die werfen ja überall das gleiche Prospekt ein. Deswegen liegt hier keine individualisierte Werbung vor. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich argumentieren, hm, aber die werfen das doch in den persönlichen Briefkasten. Und dieses Einwerfen in den Briefkasten, das spricht doch wohl wieder für eine Individualisierung, weil man wirft das Prospekt ja in den Briefkasten von dem Herrn Müller und von der Frau Mustermann. Und daran könnte man, ja, das so sehen, dass ein Ansprechen doch vorliegt. Gehen wir mal einfach davon aus, dass ein Ansprechen hier vorliegt. Dann brauchen wir ein Mittel, das in Nummer 26 genannt ist. Wir brauchen Verwendung eines Faxgeräts, liegt hier nicht vor, elektronische Post. Aber wir haben hier ein sonstiges für den Fernabsatz geeignetes Mittel, nämlich ein Brief oder, ja, halt so eine Broschüre. Dann Punkt C, das muss hartnäckig sein. Hier wird das jeden Monat gemacht, deswegen würde ich das wohl bejahen. Dann kommen wir zu der Voraussetzung, dass das Ansprechen unerwünscht sein muss. Und, ja, hier müssen wir wieder differenzieren. Der A, der lässt ja die Briefkästen aus, wo drinsteht, bitte keine Werbung. Deswegen der A wird hier das unerwünscht definitiv nicht erfüllen. Also beim A ist die Nummer 26 spätestens hier zu verneinen. Beim B, der wirft ja jetzt hier auch da ein, wo bitte keine Werbung draufsteht. Deswegen würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass beim B ein unerwünschtes Ansprechen vorliegt. Weil der wirft Werbung ein in solche Briefkästen, wo dran steht, bitte keine Werbung. Und deswegen würde ich persönlich das unerwünscht bejahen. Eine andere Ansicht hat das Oberlandesgericht Hamm. Ja, das sagt, ja, nur weil man einen Sperrvermerk hat, ist das noch nicht unerwünscht. Das muss noch konkreter genannt werden und so weiter. Finde ich komplett abwegig. Aber okay, anscheinend doch gut vertretbar. Ähm, ja, egal. Also ich komme hier zum Ergebnis, dass beim A hier die Nummer 26 zu verneinen ist, weil der macht das definitiv nicht. Seine Handlungen, seine Ansprachen sind nicht unerwünscht, weil der wirft nur dort ein, wo kein Sperrvermerk dran steht. Beim B würde ich das bejahen. Anderer Ansicht, gut vertretbar. Gut, dann kommen wir zum Paragrafen 7. Und beim Paragrafen 7, zunächst einmal der Paragraf 7 Absatz 2. Das ist hier nicht ersichtlich. Damit kommen wir zum 7.1.1 UWG. Hier brauchen wir eine Belästigung. Die liegt hier wohl vor. Eine Handlung, die unabhängig von ihrem Inhalt allein aufgrund ihrer Art und Weise als störend empfunden wird. Und das liegt hier wohl bei beiden vor. Bei der Einwilligung müssen wir aber definitiv sagen, dass der A nur dort einwirft, wo kein Sperrvermerk dran ist. Und wenn da kein Sperrvermerk dran ist, dann müssen wir wohl von einer mutmaßlichen Einwilligung ausgehen. Beim B würde ich persönlich wieder sagen, nee, hier liegt keine Einwilligung vor. Andere Ansicht aber wieder vertretbar. Jetzt komme ich aber zu der Unzumutbarkeit. Also ich prüfe jetzt nur noch weiter beim D. Und bei der Unzumutbarkeit würde ich tatsächlich wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, oder würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass hier keine Unzumutbarkeit vorliegt. Wir müssen bei der Unzumutbarkeit die Interessen des Werbenden und die des Adressierten müssen wir abwägen. Und dieser allgemeine Sperrvermerk von B, bitte keine Werbung, der ist doch ziemlich allgemein formuliert. Und außerdem hat der Adressat einfache Mittel für eine deutlichere Kennzeichnung. Und zudem müssen wir ja auch noch die Interessen der Werbenden hier berücksichtigen. Die wollen ja auch mal neue Kunden irgendwie zumindest auf deren Angebot aufmerksam machen. Und deswegen würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass das hier nicht unzumutbar ist und deswegen, dass der 7 Absatz 1 Satz 1 hier wohl zu verneinen ist. Ja, kann man auch anders sehen, also kann man definitiv hier anders sehen. Besonders, weil wir hier ja die schwarze Liste, die ja eigentlich diese engen Felder regelt, bejaht haben. Allerdings ist diese Nummer 26 halt sehr, 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 sehr weit formuliert. Deswegen habe ich dieses etwas kuriose Ergebnis, dass ich die Nummer 26 bejaht habe beim B, aber die Nummer, den Paragrafen 7 Absatz 1 Satz 1 verneint. Aber okay, hier kann man definitiv das auch anders sehen. Somit sowohl bei A als auch bei B ist der 7 Absatz 1 UWG zu verneinen. Und das war es dann von dem heutigen Video. Hier könnte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass, ja, natürlich ist das nervig, dass man Werbung bekommt. Und wir Jurastudenten, also zumindest ich bin als Jurastudent deutlich streitfreudiger geworden und möchte am liebsten alle verklagen. Und jedenfalls, ja, selbst wenn das hier belästigend ist und wenn das, ja, noch so, ja, ohne meine Einwilligung geschieht und auch wenn die Interessenabwägung noch so zu meinen Gunsten ausgeht, ist alles egal. Ich kann den Paragraf 7 ja nicht gelten machen. Weil in Paragraf 9 Absatz 2, das wäre jetzt der Verbraucherschadensersatz, da steht ja Paragraf 7 nicht drin. Das heißt, ich kann gar keinen Schadensersatzanspruch gelten machen. Und selbst den Unterlassungsanspruch kann ich auch nicht gelten machen, weil nach 8 Absatz 3 bin ich nicht aktiv legitimiert. Und, und, genau, deswegen ist das natürlich immer ein bisschen schade. Ja, das ist unlauter hier und, ah, ich kann nichts dagegen machen. Außer ich kann natürlich einer Verbraucherorganisation was schicken, aber, ja, komm mal, das mache ich nicht. Am liebsten will ich ja alles selbst machen. Aber okay. So, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und dann könnt ihr natürlich noch ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.